Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier wieder mit einer Folge Fragen an Gott. Es ist schon die fünfte Folge, diesmal mit dem Titel Ein Kurs in Wundern, spirituelle Gehirnwäsche. Ja, und hier ist auch wieder Susanne vom Maranatha-Kanal. Grüß dich Susanne, du kannst dann eigentlich auch gleich loslegen, wenn du magst. Hey, hallo Eckhardt erstmal und auch von mir ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörer. Ja, beim letzten Mal haben wir ja Bruno Gröning biblisch betrachtet. Von seinen Anhängern wird er ja als Vermittler zu Gott angesehen, was ja definitiv Götzendienst ist. Und ich will das nur mal kurz wiederholen. Gott sagt dazu ja in 1. Timotheus 2, Vers 5, denn es ist nur ein Gott, ebenso ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus. Und da komme ich jetzt zur Zuschauerfrage. Was ist denn dann mit den Heiligen der katholischen Kirche, die ja auch angerufen werden? Ja, leider. Also du hast es ja schon zitiert. Also es gibt eben nur einen Mittler zu Gott, das ist Jesus Christus. Und in der katholischen Kirche werden eben auch andere als Mittler angesehen, also Heilige angerufen. Und jetzt Bruno Gröning als Mittler zu nehmen oder irgendwelche Heiligen oder Maria oder den Papst, das ist Gott ein Gräuel. Das muss man ganz klar sagen, weil natürlich diese Menschen dann auch auf eine Stufe mit Gott gesetzt werden oder mit Jesus. Und es gibt eben nur diesen einen Mittler, Jesus Christus und keinen weiteren. Stell dir vor, du hast deinen kostbaren einzigen Sohn ans Kreuz gegeben, damit die Menschen wieder gerecht gesprochen sind, um in deine Heiligkeit kommen zu können. Weil als Sünder können sie das natürlich nicht. Ja, und was machen jetzt deine Geschöpfe? Sie wenden sich an andere sündige Menschen. Das ist ungefähr so, wenn ein Alkoholiker, einen anderen Alkoholiker um Hilfe dabei bittet, mit dem Trinken aufzuhören. Das klappt nicht. Und natürlich war auch Bruno Gröning kein Heiliger der katholischen Kirche ohne Sünde. Es gibt niemanden außer Jesus eben selbst, der ohne Sünde war auch. Bruno Gröning hätte diesen Erlöser gebraucht, hat sich aber selber zum Erlöser hochstilisiert. Oder wird heute auch vom Bruno Gröning Freundeskreis noch zu so einem Mittler gemacht. Er hätte auch jemanden gebraucht, der ihm die Schuld abnimmt. Auch Bruno Gröning war nicht sündenfrei. Genauso wie irgendwelche Heiligen, die in der katholischen Kirche als Mittler angerufen werden. Apostelgeschichte 4, Vers 12 ist auch noch so ein wichtiger Vers. Und in keinem anderen, also gemeint ist hier Jesus, ist die Rettung. Also das Heil oder die Errettung zu finden. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir oder durch den wir gerettet werden sollen. Ja. Ja und das konnte eben nur funktionieren. Also dass Jesus der einzige Mittler ist, weil er selbst ohne Sünde war. Und es gibt keinen anderen, der ohne Sünde war. Auch die sogenannten Heiligen in der katholischen Kirche waren sündige Menschen. Ja. Super. Eckart, dann, wir wollen uns ja heute den Kurs in Wundern anschauen. Vielleicht weiß ja nicht jeder Zuschauer genau, was mit dem Kurs gemeint ist. Und deshalb meine erste Frage, warum es darin geht. Kannst du das kurz zusammenfassen? Ja. Und zwar ist es ein ziemlich dickes Buch. Das allein ist schon meines Erachtens kein Zufall. Die Bibel ist ja auch ein recht dickes Buch. Und ich hatte ja auch schon mal dazu ein Video gemacht, dass es ein Gegenentwurf Satans zu Bibel ist. Also je nach Ausgabe hat der Kurs auch über 1000 Seiten. Im Original, Across and Miracles, was eben von der Amerikanerin Helen Chuckman, die lebte 1909 bis 1981, aufgeschrieben wurde. Sie begann 1965 damit. Und sie gibt an, dass diese innere Stimme, die ihr das Buch diktierte, Jesus sei. Ja, es hat dann sieben Jahre gedauert, bis sie diese Botschaften, diese innere Stimme niedergeschrieben hatte. Also von diesem angeblichen Jesus. Und der Kurs besteht aus drei Teilen. Erstmal so ein theoretischer Teil mit theoretischen Lehren. Dann gibt es so einen praktischen Teil, so ein Übungsbuch. Das hat 365 Lektionen, also so gerade für jeden Tag eine Übungslektion. Also ist auch praktisch angelegt. Da sollen also die Leser auch Lektionen richtig mitmachen, üben. Und dann gibt es noch so ein Handbuch für Lehrer. Das wäre dann der dritte Teil. Ja, und das Ziel ist eine Art Umerziehung. Also eine Art Umprogrammierung, könnte man auch sagen, wo es eben um ein anderes Evangelium geht. Also Helen Chuckman ähnlich wie jetzt andere, die das tun. Gottfried Sumser, Konrad Dietzel-Fellbinger oder Edi Maurer oder Markus Büsch, der sich ja selbst als Menschensohn sieht. Oder Jakob Lorbeer, ist ja auch vielleicht einigen bekannt, die auch hier so eine neue Botschaft empfangen haben wollen. Ja, und das Buch gleicht einer Gehirnwäsche. Man soll also alles Bisherige in Frage stellen und sich nur noch mit dem Kurs beschäftigen und keinen anderen lehren. Wow, also Gehirnwäsche, das ist ja schon krass gesagt. Was meinst du denn genau damit? Ja, also der Kurs basiert tatsächlich auf Gehirnwäsche. Es gibt ja Gehirnwäsche, so in totalitären Staaten zum Beispiel, Englisch Brainwashing oder Mind Control, Bewusstseinskontrolle. Ich gebe da mal kurz ein Zitat aus Wikipedia wieder zum Thema Gehirnwäsche. Gehirnwäsche ist ein Konzept zu psychologischer Manipulation. Dabei wird mit Taktiken der mentalen Umprogrammierung das Selbstvertrauen und die eigene Urteilskraft der Zielperson angegriffen, um deren Grundeinstellungen und Realitätswahrnehmung zu destabilisieren und anschließend durch neue Einstellungen zu ersetzen. Wir haben also bei Gehirnwäsche immer zwei Phasen. Die erste Phase ist immer, man soll möglichst alles in Frage stellen, was man bisher glaubte. Was man bisher glaubte, es soll neutralisiert werden, es soll erstmal der Boden bereitet werden. Also man soll nichts mehr so glauben, wie man es bisher geglaubt hat. Die zweite Phase ist dann, wenn das geschehen ist, wenn also der Boden bereitet ist, dass man dann diese Lehre durch neue Inhalte füllt. Das sind tatsächlich eins zu eins Taktiken, Strategien der Gehirnwäsche. Die alten Dinge sollen dann eben durch neue Einstellungen ersetzt werden. Genauso arbeitet der Kurs. Und dazu kommt noch, dass dann auch in den Übungslektionen soll man sich so Sätze aufsagen, mantrenartig, ständig wiederholen. Also es soll ständig wiederholt werden. Auch das passiert bei Gehirnwäsche. Da kriegt man dann eingetrichtert richtiggehend neue Inhalte. Und wir finden das tatsächlich eins zu eins, dieses Konzept der Gehirnwäsche im Kurs in Wundern. Und ich will mal ein Beispiel geben. Zum Beispiel in der Lektion 14 im Kurs in Wundern. Also das ist jetzt dieser zweite Teil. Ich habe ja gesagt, der erste Teil ist so ein theoretischer Teil. Und dann gibt es so einen Übungsteil. Der Übungsteil ist auch wieder so in zwei Teile grob eingeteilt. Der erste geht es darum, erst mal alles, was man bisher glaubt, infrage zu stellen. Und im zweiten Teil dieses Übungsteils soll dann diese Lehre mit neuen Inhalten gefüllt werden, mit neuen Ideologien. Ja, in Lektion 14 heißt es zum Beispiel, die Welt, die du siehst, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Sie ist dein eigenes Machwerk und sie existiert nicht. Hier haben wir also die Strategie. Erst mal soll der Leser dazu gebracht werden, gar nichts mehr zu glauben. Es sei alles nur eine Illusion. Es sei alles nur Maya. Und dann, also in diesem zweiten Teil dieses Übungsbuchs, das fängt ab Lektion 221 an, da wird dann zum Beispiel im achten Kapitel die Frage gestellt, was ist denn dann die wirkliche Welt? Ja, also erinnern wir uns, beim ersten wurde erst mal gesagt, die Welt existiert gar nicht. Jetzt wird das gefüllt mit neuen Ideologien. Was ist denn die wirkliche Welt? Zum Beispiel dann in 294 heißt es dann, ich bin ein Sohn Gottes. Das soll man dann verinnerlichen. Oder in 360 heißt es dann, in Heiligkeit wurden wir erschaffen und in Heiligkeit bleiben wir. Also völlige Lüge. Also wir wurden vielleicht in Heiligkeit erschaffen, aber wir wissen, dass wir keineswegs in Heiligkeit geblieben sind. Und ich habe das ja selber auch mal miterlebt. Ich habe einige Zeit, früher in meiner Esoterik-Zeit, bei der Endeavor-Akademie gelebt. In Wusterwitz in Deutschland, das ist in Brandenburg, und auch bei dem niederländischen Ableger. Und da wird ganz stark mit dem Kurs in Wundern gearbeitet. Da werden also in der Gruppe auch diese Übungslektionen durchgemacht. Und da hat man das echt gemerkt. Diese Gehirnwäsche, die Leute dort, die waren, ich muss es echt so sagen, durch den Wind. Und die konnten kaum mehr richtig im Alltag leben. Also in der Gruppe, da war immer alles super und toll. Da hat man dann auch abends zum Beispiel, war man zusammen in einem Raum, hat da getanzt, war viel Musik. Man hat Miracle, Miracle gerufen. Es war richtig euphorisch. Aber sobald es mal an Alltagsdinge ging, das war ein richtiges Problem für die. Also zum Beispiel einkaufen zu gehen, das war alles viel zu profan. Die haben dort in ihrer eigenen Sphäre gelebt. Ich habe also mit eigenen Augen gesehen, was der Kurs in Wundern bewirken kann bei Menschen. Dieses mit der Gehirnwäsche, das funktioniert wirklich. Das funktioniert, wenn du auch immer diamantrinartig diese Botschaften vorsagst. Du glaubst das irgendwann. Vielleicht geht das bei den einen etwas schwerer und bei den anderen etwas leichter. Aber diese psychologischen Strategien, die wirken auch irgendwann. Ja und man ist dann zwar in der Gruppe sehr euphorisch und es sieht alles ganz toll aus. Aber ich sage mal, Drogen können auch euphorisch machen. Bei euphorisch fallen mir jetzt glatt zwei Nachbarinnen ein, also ehemalige Nachbarin von uns. Die sind begeisterte Anhängerinnen von dem Kurs in Wundern. Und die schwärmen wirklich total vom Heiligen Geist und von Jesus, sind extrem begeistert. Und erzählen auch ganz oft von vielen geistigen Erlebnissen, die sie da haben. Jetzt hattest du ja bereits schon mal ein Video gemacht zum Kurs in Wundern und erklärt, wieso es sich dabei um eine Irrlehre handelt. Und meine Frage ist jetzt, bedeutet das denn, dass diese beiden Frauen, von denen ich gerade sprach, mit einem falschen Jesus verbunden sind? Ja, eindeutig. Genau das ist das Problem, dass hier ein anderer Jesus gepredigt wird. Im Kurs in Wundern ist Jesus nicht der Mensch gewordene Gott. Er ist dort selbst eine Schöpfung. Also das ist so dieses typisch pantheistische Gottesbild. Das heißt, Gott ist in allem, was ich sehe. Das kommt tatsächlich auch so genau so im Kurs in Wundern vor. In Lektion 29 heißt es, Gott ist in allem, was ich sehe. Ich will mal jetzt so ein Beispiel auch bringen, auch für diese Gehirnwäsche. Man soll das dann in den Lektionen richtig üben. Zum Beispiel jetzt gerade bei dieser Lektion 29 soll man sich bewusst mal in einen Raum setzen oder stellen und sich dann umgucken in diesem Raum. Und dann soll man sagen, zum Beispiel Gott ist in diesem Kleiderbügel. Gott ist in dieser Zeitschrift. Gott ist in diesem Finger. Gott ist in dieser Lampe. Gott ist in jenem Körper. Gott ist in jener Tür. Sogar Gott ist in jedem Papierkorb. Und dann heißt es dort, wiederhole den heutigen Gedanken zusätzlich zu den festgesetzten Übungsperioden mindestens einmal stündlich. Ich hatte ja gesagt, dass da auch dieses Mantrenartige zur Gehirnwäsche mit dazu kommt. Soll man sich also mindestens einmal in der Stunde so vorsagen, indem man sich langsam umsieht, während du dir die Worte ohne Hass vorsagst, heißt es dort weiter. Mindestens ein- oder zweimal solltest du ein Gefühl der Entspanntheit empfinden, während du dies tust. Also auch meditative Elemente kommen da mit da rein. Und in Entspannung kann man auch mehr Dinge so aufnehmen in sich, sich quasi auch selbst manipulieren. Ja, also das war so mal ein Beispiel von vielen. Okay, ich greife das nochmal auf, weil Gott ist in diesem Kleiderbügel. Ja. Gut, in der Tür etc. Aber ist denn damit gemeint, dass seine Kraft, seine Energie oder was auch immer drin ist? Also so wirklich verstehe ich das nicht, denn Gott hat ja alles erschaffen, aber er ist noch nicht drin, oder? Und so, ich sage mal als Beispiel, ein Töpfer, der erschafft den Teller. Aber der Töpfer, also der Schöpfer, ist ja da nicht im Teller, oder? Genau, ja. Ja, das ist genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Also das mit dem Kleiderbügel zum Beispiel. Das ist ein Beispiel. Der Kurs will, dass wir alle Dinge anders sehen. Er will den Menschen eben umerziehen. Der Kleiderbügel oder der Papierkorb oder was auch immer steht als Beispiel darin, den angeblichen Sinn und Zweck des Universums zu sehen. Diesen verdrehten Sinn, wie der Kurs in Wundern ihn sieht. Und der Leitgedanke dieser Lektion mit dem Kleiderbügel ist ja, Gott ist in allem, was ich sehe. Also unser Blick soll vom persönlichen Schöpfergott weggelenkt werden, auf eine Sicht, bei der eben alles Gott ist. Ja, das ist dieses Pantheistische. Also natürlich ist Gott weder an einem Tisch, noch ist Gott in uns Menschen, denn Gott steht über der Schöpfung. Es gibt den Schöpfer und es gibt die Schöpfung, so wie du gerade ja auch gesagt hast. Und Gott ist nicht identisch mit ihr. Auch wenn Gott uns alle natürlich erschaffen hat, heißt es ja nicht, dass wir deswegen selbst Gott sind oder dass wir selbst göttlich sind. Ich bin ja gläbiger Christ, du bist auch Christin. Wir wissen, was also zum Beispiel in Johannes 14, Vers 23 steht. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also natürlich ist es schon so, Gott wohnt in den Gläubigen, aber man muss aber auch erst mal zum Glauben kommen und Jesus ist in denen, die ihn lieben und sein Wort befolgen. Hier heißt es aber auch, wir werden kommen, also nicht wir sind schon da, so wie es der Kurs in Wundern ja Glauben machen will. Wir werden zu ihm kommen, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen. Wir sind auch ein Tempel des Heiligen Geistes und wir werden dazu eben durch Bekehrung und Wiedergeburt, aber auch dann sind wir ja keinesfalls jetzt selbst Gott oder göttlich. Ich sage mal ein Beispiel, wenn zu dir nach Hause jetzt ein König zu Besuch kommt oder sagen wir mal ruhig, der lässt sich wirklich dauerhaft bei dir nieder, der zieht bei dir ein. Bedeutet das dann, dass du selbst zu einem König wirst oder königlich? Ich denke mal, das kann man nicht behaupten. Bei Gott ist das auch so. Er macht uns nicht selbst zu Königen, sondern zu Königskindern. Wir werden zu Kindern Gottes, aber eben nicht zu Gott oder zu Teilen Gottes. Ja, die Wahrheit ist, ich und der Vater sind eins. Johannes 10, Vers 30. Wenn wir also auf Jesus sehen, sehen wir Gott. Das konterkariert der Kurs in Wundern auch völlig. Er hat ein komplett anderes Gottesbild, ein komplett anderes Jesusbild. Der Schöpfer aller Dinge wurde in Jesus Mensch und das ist für den Kurs in Wundern völlig unvorstellbar. Der Kurs propagiert, dass der Mensch ein Anrecht auf Erlösung habe. Steht auch so drin. Der wahre Jesus sagt hingegen, dass es pure Gnade ist, ein Geschenk Gottes an uns Menschen, die Erlösung durch den Glauben an Jesus Christus erlangen können. Und der Kurs in Wundern ist da eine einzige Anmaßung. Er sagt zu Menschen, das steht auch jetzt wörtlich drin, Lektion 1, 9, 1. Du bist der heilige Sohn Gottes selbst. Also wenn ich der heilige, Entschuldigung, wenn ich also der heilige Sohn Gottes selbst bin. Also jetzt mal ganz, ich muss das mal gerade wirken lassen. Das ist ja voll krass. Wenn ich dann selber Jesus bin, dann brauche ich ja den biblischen Jesus gar nicht mehr. Also unseren Jesus, das ist völlig krass. Naja gut, das finden wir ja ganz oft in der Esoterik, dass da eben erzählt wird, Du Mensch, Du bist Gott. Du musst Dich nur wieder daran erinnern. Du musst es aktivieren. Du musst Dich weiterentwickeln. Du musst Bewusstwerdungsprozesse durchlaufen. Aber jetzt meine Frage, welche Rolle spielt denn dann Jesus im Kurs? Also das ist doch schon seitdem, das ist ja krass. Entschuldigung. Ja, es ist krass. Die einzige Gemeinsamkeit ist wirklich der Name. Sonst ist dieser Jesus, den der Kurs verkauft, hat absolut nichts zu tun mit dem wahren Jesus Christus. Er wird diese Fantasiegestalt, wird einfach nur Jesus genannt. Jesus wird im Kurs als ein Überbrücker dargestellt, der einfach nur dafür sorgt, dass die Entfernung zwischen Gott und Menschen nicht zu groß wird. Und wörtlich spricht der Kurs vom kleinen Leben Jesu und dass sein kleines Leben, wörtliches Zitat, sein kleines Leben auf der Erde nicht genug war. Und entschuldige, aber das ist für mich Gotteslästerung. Der Sohn Gottes, der sich am Kreuz für Dich und mich geopfert hat, für alle Menschen. Hier merkt man diese satanische Handschrift, sein kleines Leben, es war nicht mal genug. Ja, und Du hast es schon angedeutet, der Kurs ähnelt da an anderen Konzepten. Du hast gerade gesagt, dass man da auch, irgendwas aktivieren muss, das ist ja auch so. Im Kurs muss man sich nur irgendwie zurückerinnern. Man muss die Illusion erkennen oder erwachen. Das hatte ich ja auch ganz viel. Ich war ja früher in der Lichtarbeit. Da ging es immer darum, zu erwachen, dass die Scheuklappen fallen, dass man die wahre Erkenntnis hat. Immer ging es darum, dass eigentlich der Mensch selbst ist, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann. Wenn man eben nur die nötige Erkenntnis erlangt, wenn man darauf aufs richtige Knöpfchen drückt, wenn man dieses aktiviert, dort aufwacht und so weiter. Und all diesen Konzepten ist eines gemeinsam, Jesus Christus wird nicht benötigt. Der Mensch ist sein eigener Erlöser, der nur sein Potenzial wieder entdecken muss. Das ist das Antichristliche. Komisch ist irgendwie nur, Susanne, wenn man sich mal in der Welt umschaut, dass die immer schlechter wird. Ich meine, wenn es immer mehr erwachte Menschen gibt, die müsste es ja geben, dass ständig diese esoterischen, spirituellen Methoden immer mehr in die Gesellschaft, in die Mitte der Gesellschaft rücken, immer mehr beschäftigen sich damit, immer mehr Menschen praktizieren solche Methoden. Das sieht man ja auch hier auf YouTube, wie viele Abonnenten solche Kanäle teilweise haben. Also das ist tatsächlich im Steigen, im Begriffen. Das ist nicht nur so ein Trend wie früher. Es ist nicht nur so wie früher, dass das irgendwelche in Hinterzimmern, dass da irgendwelche Seancen abgehalten werden, sondern das drückt, das dringt immer weiter vor. Aber trotzdem ist die Welt so, wie sie ist. Müssten denn nicht diese vielen erwachten Menschen auch eine bessere Welt ermöglichen? Wenn wir uns umschauen, es passieren doch Dinge, die waren vor wenigen Jahren unvorstellbar. Erst kürzlich, habe ich jetzt gestern, glaube ich, gehört, wurden in Trier Polizisten von einer Horde von 40 Menschen bewusst angegriffen. Der Mensch wird immer schlechter, genau wie Gott das in seinem Wort vorhersagt. Es passieren Sachen, die waren nur vor wenigen Jahren. Also vor zehn Jahren war das vorstellbar, dass an Silvester, dass gezielt Sicherheitskräfte angegriffen werden mit Böllern oder dass Sicherheitskräfte, die Unfallopfer retten wollen, gezielt angegriffen werden und dabei gefilmt werden. Das war nicht vorstellbar. Das ist noch nicht so lange her. Und das gab es früher einfach nicht. Und das merken wir in einer Breite inzwischen. Da frage ich mich. Dann muss man doch mal ehrlichen Auges auch anerkennen, diese ganzen Methoden, die führen nicht zu einer Verbesserung. Man merkt eine diabolische, destruktive Handschrift dahinter. Da muss man doch einfach nur mit offenem Augen durch die Welt gehen. Und der Kurs in Wundern ist daher eine satanische Verführung, ein Angriff auf den wahren Jesus Christus. Ja, also ich muss das immer gerade sacken lassen hier auch, dass du sagst, der Kurs sagt, dass das Leben von Jesus auf der Erde nicht genug war. Also da fehlen mir wirklich die Worte. Wirklich. Also dann wird ja in keinster Weise oder in keiner Weise anerkannt, was Jesus für uns am Kreuz auf sich genommen hat. Dann ist ja das ganze Erlösungswerk, was Jesus für uns am Kreuz verbracht hat, also dann ist das ja laut Kurs in Wundern unvollständig, nicht genug. Dann wird ja zum Ausdruck gebracht dadurch im Grunde, dass Gott einen fehlerhaften Plan zur Errettung der Menschheit hat. Also Gott hat eine falsche Idee gehabt. Das wird unterstellt. Ja, das wird unterstellt. Das Ziel Satans ist immer, Jesus klein zu reden. Am besten Jesus völlig zu negieren oder klein zu reden. Ja, also das sei ein kleines Leben, wie es da wirklich heißt, nicht genug gewesen sei. Man merkt, der Antichrist will gerne selber Gott sein, möchte gerne selber Anbetung. Als Jesus 40 Tage in der Wüste war, hat der Teufel zu ihm gesagt, hat er ihm seine ganzen Reiche gezeigt und hat gesagt, das alles will ich dir geben, wenn du nur vor mir niederfällst und mich anbetest. Das ist das Ziel. Der Antichrist, Ant heißt ja auch nicht nur gegen, sondern auch anstelle von, er möchte selber gerne Gott sein. Und wie wird man, also wie hebt man sich empor, indem man den, der bisher Gott ist, klein macht? Ja, das wird ihm natürlich nicht gelingen. Im Kurs, das ist jetzt hier nochmal dieser Satz, den möchte ich hier nochmal wörtlich wiederholen. Ist er der Christus? Wird hier gefragt, das ist jetzt ein wörtliches Zitat. Ist er der Christus? Ja, ist die Antwort, mit dir gemeinsam. Mit dir gemeinsam. Sein kleines Leben auf der Erde war nicht genug, um die mächtige Lektion zu lernen, die er für euch alle lernte. Also er, Jesus ist ja auch jemand, der lernen musste. Es heißt dann weiter, vergib ihm deine Illusionen. Also wir sollen Jesus vergeben. Unfassbar, ja, wir. Also wir sind diejenigen, die Vergebung brauchen, nicht umgekehrt. Dann heißt es hier, sechstens, ist er Gottes einziger Helfer? Nein, für wahr, denn Christus nimmt viele Formen mit verschiedenen Namen an. Also zum einen wird er hier zum Helfer degradiert. Also ist er, Jesus, ist er Gottes einziger Helfer? Und dann wird er noch gesagt, er sei nicht mal der Einzige. Ja, also hier sieht man auch wieder diese Degradierung. Jesus wird zu einem Helfer degradiert. Er, der selbst Gott ist. Gott, der in Jesus Mensch wurde. Und hier heißt es dann auch weiter, es ist möglich, seine Worte zu lesen und aus ihnen Nutzen zu ziehen, ohne ihn in dein Leben anzunehmen. Also der Kurs propagiert auch, dass Jesus zwar nützlich sei, ja, es wird nicht gesagt, dass er unnütze war, aber er war nur klein und du musst ihn auch nicht annehmen. Und sowieso ist er auch mit dir zusammen, Christus. Der Gott, an den ich glaube, den habe ich mal ganz bewusst angenommen in meinem Leben, habe ich eine Entscheidung getroffen. Der Kurs in Wundern negiert völlig, dass wir diese Entscheidung für Jesus treffen sollten. Ja, und da haben wir auch in der Bibel Warnungen. 2. Korinther 11, 4. Da geht es auch so um einen falschen Jesus. Ich zitiere mal. Denn wenn irgendjemand daherkommt und euch einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen andersartigen Geist empfangt, den ihr durch uns nicht empfangen habt, oder eine andersartige Heilsbotschaft, die ihr durch uns nicht erhalten habt, so lasst ihr euch das bestens gefallen. Ich finde gut, in der Hoffnung für alle heißt derselbe Vers oder ist ein Bestandteil davon, ihr empfangt bedenkenlos einen anderen Geist als den Geist Gottes. Es geht hier um einen anderen Geist. Es ist ein falscher Geist. Die Bibel macht klar, dass es nicht nur einen Geist gibt. Es gibt zwei. Es gibt den Heiligen Geist. Es gibt aber auch den Geist des Antichristen. Der versucht, Einfluss auf uns auszuüben und will uns einen anderen Jesus verkaufen. Ein falsches Evangelium. Das ist das Satanische daran. Also kann der Jesus, mit dem meine ehemaligen Nachbarn, von denen ich vorhin sprach, mit dem die verbunden sind, ja auf gar keinen Fall, also überhaupt nicht, unser Erlöser, unser Heiland, also der Sohn Gottes wirklich sein. Das geht ja gar nicht. Das ist ja völlig konträr dazu. Und da sind ja die anderen Menschen, die jetzt, sage ich mal, an einen selbst gebastelten Jesus glauben, also eben auch an einen anderen als die Bibel, also das Wort Gottes, das sagt, eben nicht mit dem richtigen Jesus verbunden, mit dem echten Jesus verbunden, oder? Genau, das war ein gutes Bild mit diesem selbst gebastelten Jesus, das ist genau richtig. Das mit Jesus ist eben kein Wunschkonzert. Wenn in eine Tür nur ein passender Schlüssel passt, dann kann ich eben auch nicht mit irgendeinem anderen Schlüssel da rein. Dann wäre auch alles beliebig, dann gäbe es überhaupt keine Gewissheit und Sicherheit mehr. Der Kurs in Wundern sagt zum Beispiel, dass wir auch gar keine Erlösung brauchen. Sünde wird dort wörtlich wieder als wilde Verrücktheit bezeichnet, die es gar nicht gäbe oder sei nur eine Idee, die uns Angst machen soll. Also der Kurs in Wundern greift auch bewusst Begriffe aus der Bibel auf und deutet die um. Das ist wieder Teil dieser Umerziehung. Und Jesus sagt aber, dass er gerade eben, weil wir Sünder sind, also wegen der Sünde gekommen ist, um Sünder zu erlösen. Gäbe es keine Sünde, dann hätte der Sohn Gottes sich ja am Kreuz überhaupt nicht für uns Opfern brauchen. Das hat er aber getan. Man sieht also, es gibt unüberbrückbare Gegensätze zwischen dem Jesus, den der Kurs verkauft, und dem wahren Jesus. Das kann man nicht miteinander unter einen Hut kriegen. Das ist völlig inkompatibel zueinander. Wenn ich eine Dose saurer Gurken habe, ich klebe aber ein Etikett drauf, wo von mir aus steht, Erdbeermarmelade, dann ändert das ja nichts am Inhalt. Es sind immer noch saure Gurken in der Dose. Im Kurs wird Jesus nur als unser Bruder dargestellt, aber nie gleichzeitig auch als Gott in Menschengestalt. Okay, dann können wir also ganz klar sagen, der Kurs in Wundern ist eine Irrlehre. Petrus sagt aber, dass die Menschen, wenn sie ihr Lehren folgen, sich dadurch ins Verderben stürzen. Ich weiß den Vers jetzt nicht, aber es steht irgendwo. Meint er denn damit, dass sie dadurch in der Hölle landen? Ja. Ja, das ist, finde ich, sehr tragisch. Das ist nicht nur tragisch, das ist furchtbar. Also die glauben, sie sind mit Jesus verbunden und glauben, alles ist gut und werden irgendwo landen, wo sie nicht hinwollen. Ja, das ist furchtbar. Deswegen ist es ja auch eine so furchtbare Irrlehre, wenn Menschen darin sich verfangen in diesem Kurs, weil sie die Ewigkeit dadurch verpassen können. Wir haben ja schon gezeigt, dass dieser Kurs überhaupt nicht in Übereinstimmung mit der Bibel ist. Das ist eine völlige Umdeutung und somit ganz klar eine Irrlehre. Dieser Jesus und ja auch der Heilige Geist, auch der Heilige Geist wird thematisiert, wird natürlich auch komplett umgedeutet, die eben vorkommen in dieser Irrlehre, also in diesem Kurs, die werden den Menschen nie zur wahren Erlösung und Errettung bringen. Sonst hätte der Teufel ja sein Ziel verfehlt durch das, was er mit der Irrlehre vorhatte. Satan will nicht, dass die Menschen wirklich zu Gott finden. Ja, also mal ganz logisch betrachtet, Satan möchte, dass wir nicht zu Gott, zu Jesus finden. Ja, was tut Satan? Er zeigt den Menschen verschiedene Wege auf, die angeblich zum selben Ziel kommen. Das kennen wir ja, also gerade in der Lichtarbeit Esoterik, da gab es ja zig Methoden. Also alle sollten dann irgendwie zur Erlösung führen. Ja, aber diese ganzen Methoden oder auch Ideologien sind eben durchdrängt von Lügen. Das ist vielleicht nicht immer sofort erkennbar. Ich habe das früher auch nicht sofort erkannt, dass ich da in einer Lüge aufgesessen bin. Jahre lang habe ich das geglaubt, dass ich hier bin als hinabgestiegener Meister und hier da bin, um die Menschheit zu unterstützen beim Aufstieg in eine höhere Dimension. Und ich danke wirklich da dem wahren Jesus Christus, das dann irgendwann in mein Leben kam und mir das aufgezeigt hat, dass ich hier die ganze Zeit einer Irrlehre gefolgt bin. Und ja, wenn wir mal beim Kurs in Wundern, wenn ich da nochmal zurückkehre, da wird ja auch ganz viel von Jesus gesprochen, aber es wird ganz anders gesagt, als es eben das Fortgottes darstellt. Ja. Ja, naja, wenn es der wirkliche Jesus wäre im Kurs in Wundern, dann hätte ja Satan durch diese Irrlehre die Menschen zu Jesus gebracht. Aber das versucht er ja zu verhindern. Also kann es ja nicht der wirkliche wahre Jesus sein, weil es ja überhaupt nicht in Übereinstimmung ist, oder? Ja, genau. Es ist logisch. Also das ist ja der falsche Jesus und dann hätte ja Satan die Menschen zu Jesus gebracht, der ja im Kurs ganz viel vorkommt. Und das will Satan ja nicht. Er ist ja, ich hatte vorhin schon gesagt, der Antichrist. Er will eben nicht, dass die Menschen zu Christus kommen, zum wahren Christus. Deswegen sagt uns auch das Wort Gottes, dass der Satan kommt im Antichristen, der ein Plagiat ist, wo der, man sagt auch, der Satan ist der Affe Gottes, der alles nachäfft, der eine billige Kopie ist. Wir haben Jesus Christus, unseren wunderbaren Retter und Heiland. Der Antichrist will anstelle von Jesus kommen. Dieses Anti ist nicht nur gegen, sondern auch anstelle. Er möchte anstelle von Jesus Christus verehrt und angebetet werden. Und das kommt im Kurs in Wunder wirklich auf jeder einzelnen Seite. Fast in jedem Satz kommt das irgendwie immer wieder zur Sprache. also es ist einfach, deswegen habe ich, nenne ich das, ist für mich die, ein satanischer Gegenentwurf zur Bibel. Es ist strotzt nur so von Gotteslästerungen und Kleinredungen, Jesu und Verdrehungen. Es ist, es ist eine Gehirnwäsche. Das muss man sich klar machen, dass der Mensch mit diesem Kurs umprogrammiert werden soll. Die Wahrheit ist, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. 1. Johannes 5, Vers 12 Wenn die Anhänger vom Kurs in Wundern wirklich mit Jesus wären, also mit dem richtigen Jesus natürlich, dann hätten sie ja auch den wahren Heiligen Geist. Und wenn sie den wahren Heiligen Geist hätten, würde der Heilige Geist ja offenbaren, dass sie einer Irrlehre auf den Leim gegangen sind. Der Heilige Geist führt in die Wahrheit und der Heilige Geist leitet in die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ja, jetzt muss ich reingrätschen. Im Kurs in Wundern wird ja auch vom Heiligen Geist gesprochen. Und die Kurs in Wundern, ich sage es mal, Anhänger glauben ja, dass sie vom Heiligen Geist geführt werden. Und das würde ja bedeuten, sie haben einen falschen Heiligen Geist, der sie mit einem falschen Jesus verbindet. Also, ich sage es jetzt nochmal, das ist ja furchtbar, das hat echt schwerwiegende Folgen, wo sie ihre Ewigkeit verbringen werden. Ja, wie gesagt, das ist wirklich tragisch, deswegen machen wir auch solche Sendungen, um davor zu warnen, um die Menschen wirklich zu warnen, aus Liebe heraus, damit sie nicht verloren gehen. Der Sohn Gottes ist gekommen, damit die Menschen eben glauben und nicht verloren gehen. Und wegen dem Heiligen Geist, natürlich der Kurs in Wundern, der hat auch ein ganz eigenes Kapitel zum Thema Heiliger Geist, auch der wird umgedeutet. Das heißt im Kurs in Wundern, es ist das Ziel des Heiligen Geistes, uns aus der Traumwelt in drinnen zu helfen, indem wir unser Denken umkehren. Hier haben wir auch wieder diesen Ansatz der Gehirnwäsche. Es soll also umgekehrt werden, umprogrammiert werden. Das hat mit dem wahren Heiligen Geist nichts zu tun. Der Heilige Geist möchte uns eben nicht aus irgendeiner Traumwelt erretten. Es ist nicht sein Ziel, dass wir jetzt hier glauben, das sei alles nur eine Illusion. Sag das mal einer Mutter, deren Kind missbraucht wurde, vielleicht getötet wurde, sagt der mal, das sei alles nur eine Illusion. Das hat sie sich selbst erschaffen. Denn das ist eine der Kernaussagen des Kurs in Wundern, dass wir uns diese Realität selber erschaffen hätten und dass es Maya ist, hinduistischer Ansatz auch, eine Illusion. Das ist grausam. Die Mutter, die wird dir aber was erzählen, wenn du da so zu ihr kommst. Das ist so dieses Absurde an dem Kurs. Also, wie gesagt, der Heilige Geist möchte uns nicht aus irgendeiner Traumwelt erretten, sondern der Heilige Geist ist der Geist Gottes, der auf Jesus hinweist. Wer sich also von diesem falschen Heiligen Geist vom Kurs in Wundern führen lässt, ich sag mal verführen lässt, wird ganz weit weg von Jesus geführt, er folgt einem Lügengeist. Im Kurs ist der Mensch ohne Sünde, er ist wie Gott, er muss eben nur aufwachen. Der Heilige Geist aber führt uns zur Sündenerkenntnis, er will gerade, dass wir uns als Sünder erkennen vor Gott, als verloren, er möchte, dass wir uns als verlorene Menschen vor Gott sehen und zeigt uns gleichzeitig auf, wie wir zurück zu Gott finden können, wie uns die Sünde vergeben werden kann durch Jesus Christus. Er zeigt uns die Wahrheit auf ganz schonungslos, die Bibel ist schonungslos in dem Punkt, die sagt klipp und klar, was Phase ist, nicht so ein Rumgeeierer wie im Kurs in Wundern, was eh so kompliziert geschrieben ist, manchmal denkst du, was ist das denn für ein Wischiwaschi, wie absurd ist das denn? Die Bibel spricht wirklich Klartext, sie beschönigt auch überhaupt nichts, sie sagt ganz klar und realistisch, Mensch, du bist ein Sünder, du bist getrennt von Gott, aber Gott hat aus Liebe eine Lösung für dich vorbereitet, du kannst durch den Glauben an Jesus Christus die Schuld vergeben bekommen, dann stehst du wieder ohne Sünde vor Gott. Es gibt dafür aber nur einen Weg, Jesus. Das heißt, der wahre Heilige Geist würde das nie verdrehen, wie im Kurs in Wundern, sondern im Gegenteil, er würde uns in alle Wahrheit leiten. Du hast ja vorhin gesagt, ich fasse es nochmal kurz zusammen für mich oder auch für unsere Zuhörer, dass es im Kurs in Wundern keine Sünde gibt. Und wenn es jetzt also überhaupt keine Sünde gibt, dann hätte ja auch Jesus überhaupt nicht kommen brauchen, für unsere Sünden sterben müssen. also kann ja nicht, es kann nicht der Jesus, der Heiligen Schrift der gleiche sein, wie der Jesus im Kurs in Wundern. Das ist ja völlig unmöglich. Ich möchte jetzt nochmal sagen, es ist völlig unmöglich, es kann nicht der gleiche Jesus sein. Das muss doch jetzt wirklich so klar inzwischen sein, dass es nicht der gleiche ist. Das geht ja nicht. Wie du vorhin sagst, mit der Dose, mit den Gurken, da kann draufstehen, was du willst, aber wenn der Inhalt was anderes ja genau und da ist die Bibel eben auch so deutlich, ich habe vorhin schon gesagt, die spricht Klartext, sie sagt auch, wenn jemand da etwas wegnimmt oder dazutut vom Wort Gottes, also wenn das jemand irgendwie ergänzen will oder auch jetzt hat er vorhin schon so ein paar andere Namen genannt, die da irgendwelche angeblichen neuen Offenbarungen hineinbringen will, dem wird Gott auch seinen Anteil wegnehmen vom ewigen Leben, Paulus sagt, wer einen anderen Jesus bringt, der sei verflucht, wer euch einen anderen Jesus, wer ein anderes Evangelium euch bringt, der sei verflucht, warum? Ja, weil es eine echte Gefahr ist, diese Frau, die den Kurs in Wundern weitergibt, die angeblich von Jesus stimmt, was ihr da eingegeben wurde, was ihr dann aufgeschrieben hat, verkündigt eine Lehre, die nicht dem Wort Gottes entspricht. Wir dürfen nicht vergessen, Gott hat uns ja in seinem Wort, seine heilige Schrift gegeben, damit wir ihn, Jesus und den Heiligen Geist verstehen können. Das heißt, wir haben hier ein Original. Und in Bezug auf den Kurs in Wundern muss ich sagen, da greife ich doch lieber zum Original anstatt zu einer verfälschten Schrift. Okay, Eckart, was würdest du denn jemandem, der mit dem Kurs unterwegs ist, raten? Ja, also ich würde mal Fragen aufhören. Glaubst du wirklich, dass Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist? Laut dem Kurs in Wundern wäre das egal. Wenn du jetzt sagst, ja, okay, dann glaubst dann den richtigen Jesus. Falls nein, frage dich, warum ist Jesus dann überhaupt am Kreuz gestorben? Das würde nach dem Kurs gar keinen Sinn machen. Und falls Gott den Kurs für die Menschen vorgesehen hätte, dann würden ja nur ein paar Menschen im Verhältnis zur Weltbevölkerung gerettet werden, weil was wäre denn mit all den Menschen, die vor Mitte der 1970er Jahre gelebt haben, die den Kurs also gar nicht kennen konnten, was ist denn mit denen? Und die vielen einfachen Menschen, die den Kurs auch überhaupt nicht verstehen würden, diese Fragen muss man sich aufwerfen. Und wenn man dann mal vergleicht, das Evangelium ist einfach zu verstehen, ist wirklich einfach zu verstehen dagegen. Okay, ich frage jetzt noch mal nach einem anderen Tipp, gibt es noch was, was du sagen könntest, erklären könntest, also als Hilfestellung für Kurs und Wundern, ich sage es mal Anhänger, was sie tun können, um da hinzukommen, keine Ahnung, musst du erkennen. Ja, also ich unterstelle erst mal, dass Anhänger des Kurses auch aufrichtig nach der Wahrheit suchen. Ich habe das früher auch in meiner Lichtarbeiterzeit, ich wollte, er war ein suchender Mensch, war ein wirklich aufrichtig suchender Mensch, jetzt ist ja auch nicht jemand, der den Kurs in Wundern liest, jetzt irgendwie böser, satanischer Mensch, ich gehe mal davon aus, dass sie auch nach der Wahrheit suchen, als ich damals bei der Endeavor Akademie war, wo auch der Kurs ja Tagesgeschäft ist, wollte ich auch die Wahrheit wissen, ich war aufrichtig suchender Mensch und da kann man sich ja an Gott direkt wenden, ich empfehle wirklich auch dann zu beten, wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, betet doch Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, wenn du wirklich nicht so bist, wie der Kurs in Wundern es aufzeigt, sondern so wie es die Bibel beschreibt, dann lass es mich erkennen, dann zeig mir das, zeig mir die Wahrheit, ich will die Wahrheit und nur die Wahrheit und falls ich einer Irrlehre zum Opfer gefallen bin, zeig mir das, so kannst du beten. Die Bibel sagt ganz klar, 1. Korinther 10, 21 ist zum Beispiel so ein Vers, ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn und den Kelch der Dämonen trinken, ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen Gäste sein, also beides ist einander nicht kompatibel, man kann nicht beides in sein Leben integrieren, also das absurdeste, was es gibt, ist tatsächlich Bibel und Kurs in Wundern gleichzeitig in sein Leben zu integrieren, ja, das ist wirklich eine Entscheidung, trifft eine Entscheidung für die Bibel, für Gott, für den wahren Jesus, es geht nicht beides gleichzeitig, dann hast du den Heiligen Geist und den satanischen Geist, das verträgt sich nicht mehr dann, das wird nicht funktionieren, so funktioniert das bei Gott nicht, das ist wirklich eine Entscheidung, die da fällig führt, macht dir auch klar, dass das ein Kennzeichen ist dieser Zeit, auch ein interessanter Vers, 2. Timotheus 4, 3-4, denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich finden und sich nach eigenen Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen, weil man nach Ohrenkitzel verlangen trägt, von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den Fabeln zuwenden, also vielen kitzelt das in den Ohren, ja, auch bei den, die zum Beispiel auf Edi Maurer reinfallen, der macht sehr aufwendige Videos, den kitzelt das in den Ohren, dann hört man darauf, es klingt alles sehr gut, ist von der Qualität gut gemacht und so, aber es ist eine Verführung, die in diesen Worten steckt, genauso beim Kurs in Wundern, da klingt vieles erstmal so ganz erhaben und geistig und so weiter, aber es ist eine Lüge von vorne bis hinten, auch Matthäus 24,11 macht das klar, auch falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele Irre führen, macht dir das klar, es ist nicht jeder Geist der gute Geist Gottes, ja, man muss auf den Geist achten, ob er wirklich aus Gott ist, auch in dieselbe Kerbe schlägt hier im Neuen Testament 2. Petrus 2,1 es sind allerdings auch falsche Propheten unter dem Volk aufgetreten, wie es auch unter euch falsche Lehrer geben wird, welche verderbliche Irrlehren heimlich bei euch einführen werden, indem sie sogar den Herrn, der sie zu seinem Eigentum erkauft hat, verleugnen, wodurch sie jähes Verderben über sich bringen, also hier, das ist ganz wichtig auch für Kurs in Wundern, dass sie sogar den Herrn, weil es geht ja im Kurs auch viel um Jesus, dass sie ihn verleugnen, weil sie ja nicht an den wahren Jesus glauben beim Kurs in Wundern, und das bewirkt Verderben. Apostelgeschichte 4, Vers 12, haben wir vorhin schon mal kurz zitiert, und in keinem anderen ist die Rettung oder das Heil zu finden, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben in dem oder durch den wir errettet werden sollen, also eben außer dem Namen Jesus Christus. Also Eckart, diese Bibelferse, die sind ja absolut wunderbar passend gewesen, vielen Dank. Jetzt noch eine Frage, wie werden wir denn geschützt vor Verführung, oder was müssen wir tun, um eben nicht auf ihr Lehrer hineinzufallen oder auf Verführung reinzufallen, was können wir selber machen? Also natürlich neben dem Gebet, das ist ja auch klar unter Hinwendung zu Jesus Christus, lest in der Bibel, Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, die Kraft nicht kennt, und der Glaube muss sich an der Heiligen Schrift orientieren. In Matthäus 22, 29 heißt es, Jesus antwortete, ihr irrt euch, wenn ihr kennt weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes. Indem wir uns also hingeben an das Wort Gottes, weil die Heilige Schrift die Wahrheit ist, es gibt eben nicht mehrere Wahrheiten, es gibt nur eine Wahrheit, das ist der große Punkt, ja, und man muss sich klar machen, deswegen versucht der Satan auch immer zu streuen, die Bibel sei gefälscht oder ergänzt, da muss man sich auch fragen, wer hat denn ein Interesse, solche Lügen in die Welt zu setzen, natürlich hat Satan ein Interesse daran, dass es gehört zu dieser Strategie dazu, weil er genau weiß, wer in der Bibel liest, der ist viel deutlicher, viel besser geschützt, weil da über diese ganzen Tricks schon, da wird ganz klar gesprochen, über diese Verführung, die dahinter steckt, über den falschen Geist, über die Irrlehre, da steht alles im Wort Gottes, deswegen will der Satan verhindern, dass man die Bibel liest, der will auf gar keinen Fall, dass jemand im Wort Gottes liest, deswegen versucht er sie madig zu machen, die Bibel ist keine Fälschung, das Problem ist nur für den Satan, dass die Bibel die Wahrheit spricht und da wird er völlig entlarvt, da wird über seine endgültige Niederlage berichtet, da wird er völlig aufgedeckt, die ganzen Tricks werden aufgedeckt und deswegen hasst der Satan die Bibel und Jesus Christus und deswegen hasst auch der Kurs in Wundern die Bibel und Jesus Christus die Schrift stattet uns aus zu jedem guten Werk heißt es auch 2. Timotheus 3 16 17 jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist auch förderlich zur Belehrung und zur Überführung zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit damit der Gottesmensch vollkommen sei zu jedem guten Werk voll ausgerüstet ja glaubst du dass ein treuer aufrichtiger und wahrheitsliebender Gott der sich offenbarer möchte und uns deshalb die Schrift gegeben hat damit die Menschen wissen wie er ist dass dieser Gott zwei Jahrtausende später jemand anderem der noch nicht mal ein wiedergeborener Christ ist ja ich spreche jetzt hier an auf Helen Chuckman die Autorin vom Kurs in Wundern beziehungsweise sie sagt Jesus sei angeblich der Autor aber ihr wisst was ich meine ja was wäre das für ein Gott der wenn da jemand dahergelaufen ist daherkommt wie sie plötzlich neue Worte gibt ja ein ganz neues Bild von Jesus uns übermittelt was vollkommen im Widerspruch zur Bibel ist glaubst du wirklich dass Gott so etwas tun würde undenkbar undenkbar ist das passende Wort das ist völlig undenkbar völlig völlig egal jetzt haben wir ja schon so viel gehört ich möchte jetzt eine Frage noch zum Schluss und zwar oder bitte kannst du mal kurz erklären warum Jesus für uns auf die Erde gekommen ist also warum es nur mit ihm geht und vielleicht am liebsten erklärst es auch so dass es meine Nichte im Alter von fünf Jahren verstehen könnte also das wäre jetzt mein letztes Anliegen an dich für heute ja okay also für deine Nichte und für alle Kinder also das Evangelium habe ich schon gesagt das versteht wirklich jedes Kind also so ab ich weiß nicht vielleicht ab vier oder so würde ich mal schätzen aber also sobald man mit Sprache umgehen kann sobald man ein bisschen kleines Verständnis dafür hat versteht man das schon man kann einem Kind das wirklich gut erklären dass die Menschen die waren mal an einem paradiesischen Ort zusammen mit Gott und dann haben die Menschen nicht mehr auf Gott gehört und wollten ihr eigenes Ding machen ja und dann hat Gott sie weggeschickt und ihnen keinen Schlüssel gegeben sie haben ihnen keinen Schlüssel gegeben damit sie einfach so von sich aus selber wieder zurück gehen können da wo Gott war da wo es so er ist der Schlüssel zurück zu Gott und mit ihm können wir Menschen wieder nach Hause er ist dieser Schlüssel ich glaube dieses Bild das kann jedes Kind gut verstehen ja genau das ist ein schönes Bild und da fällt mir sofort der Bibelfers so ein ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben ja es kein Weg zum Vater als nur durch mich ja oder auch ich bin der Tür wer durch mich ja dann gehe ich mal davon aus es hatte sich so an dass wir dann durch sind das war jetzt meine letzte Frage die ich auf dem Herzen hatte genau oder mein Anliegen ja dann viel drin zum Nachdenken und ja ich gehe einfach davon aus dass die Menschen die das hören einfach Erkenntnis haben und wirklich ja erkennen dass sie einer auf einer falschen Fährte waren genau genau das das glaube ich unser Ziel wir wollen niemanden schlecht machen wir Gott liebt jeden Menschen auch die Menschen die den Kurs in Wundern lesen aber sie unser Ziel ist dass diese Menschen eben diesen falschen Weg erkennen das ist alles ja und nicht verloren gehen das ist eigentlich aus Liebe ja manchmal ist es eine Liebestat wenn man jemand mal wach rüttelt und so ist es zu verstehen so ist es gemeint ja ja gut dann sind wir ja durch jetzt für nächstes mal haben wir auch gar kein Thema das denken wir uns nochmal aus oder hoffen Gott dass er uns da ein gutes Thema schenkt ihr könnt auch immer Themen vorschlagen oder auch Zuschauer fragen in den Kommentaren ja macht davon gerne Gebrauch und ja dann Susanne schönen Dank für das Gespräch alles Gute unseren Zuschauern zuhören genau Gottes Segen an alle und ich hoffe man hört sich dann wieder beim nächsten Mal Gottes Segen an alle macht es gut ciao ciao